Danke, dass du zurückgekommen bist, um meinen Freunden zu helfen. Allein hätte ich das nicht geschafft. Oh, das ist ja zum Karottenraspeln. Unsere kleine Blaubeere ist völlig durchgefroren. Schnell, hol sie aus dem Eis. Heißes Wasser wird helfen, das Eis zu schmelzen und unsere Freundin aufzuwärmen. Schnell, lass uns welches holen. Oh, ich bin wirklich hungrig. Lass uns eine Pizza machen. Bewege das Nudeln. Wow, Soßen. Such dir eine aus. Hm, die mag ich am liebsten. Und jetzt wollen wir die Pizza belegen. Ziehe die Zutaten vom Tablett zu den passenden Umrissen auf der Pizza. Cool. Toll. Oh, das sieht köstlich aus. Hurra, die Pizza ist fertig. Schneiden wir sie ab. Gut, Zeit, unsere Freunde zu verwöhnen. Achte auf die Schürzen. Sie sagen dir, welches Stück du wählen sollst. Hoho. 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 Hehehe. Hehehe. Hoho. Hoho. Nein, nein. Das ist falsch. Was? Ich bin stolz auf dich. Die Pizza war echt lecker. Ja. Ich bin stolz auf dich. Toll gemacht. Das war super. Sieh nur, wie glücklich Blaubeere ist. Genial. Daikon Rettich ist wirklich unglücklich. Er findet es im Bett ganz und gar nicht gemütlich. Aber ohne unsere Hilfe kommt er nicht raus. Oh. Holen wir uns einen Spaten und graben den Gefangenen aus. Figuren und Faden. Lass uns leckere Kekse backen. Bewege das Nudelholz auf und ab, um den Teig auszurollen. Ziehe die Ausstechformen auf den Teig mit dem richtigen Umriss. Dreieck. 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 Kreis. Rechteck. Dreieck. Kreis. Dreieck. Dreieck. Zeig für einen Snack. Dekoriere die Kekse mit der Creme aus den Tuben und serviere sie den Kleinen. Halte nach Hinweisen auf den Schürzen Ausschau. Rotes Reieck. Gutes Dreieck. Das hast du voll genial gemacht. Gutes Dreieck. Gutes Dreieck. Gutes Dreieck. Bravo. Die Kekse sind köstlich. Juhu, es ist so schön, wieder frei zu sein. Sieh, du hast den Fanny befreit. Unsere hübsche Tomate ist in ein Glas gestopft worden. Die wird gleich vor Wut platzen. Halte durch, Freundin. Wir helfen dir. Weißt du, wie man das Glas öffnen kann? Richtig. Mit einem Öffner. Komm. Sind sie nicht schmutzig? Wasche die Fannys unter dem Wasserhahn und lege sie in den Wagen mit der richtigen Farbe. Bühne und Wagen. Genial. Gelber Maus. Brotabau. Gelber Fün. Wunderbar! Blaue Sondor. Genial! Gelbe Gelone. Grüne Apfel. Blaue Sondor. Genial! Grünes Wasser. Wunderbar! Blaue Sondor. Wunderbar! Genial! Fantastisch! Ich bin beeindruckt! Wunderbar! 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 Ich bin so glücklich, dass du mich gerettet hast. Wunderbar! Ich schwöre bei meinem Grünzeug! Du bist großartig. Wunderbar! Hast du das gehört? Jemand ruft um Hilfe Es ist die Fanny Götterspeise Sie steckt im Schrank fest Keine Sorge Kleines, wir befreien dich Lass uns schnell spielen und einen Schlüssel für den Schrank besorgen Verhältnis Spice Törfü 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist einfach unglaublich!